Die ADAC GT Masters zu Gast am Nürburgring für die Saisonläufe 7 und 8. Auf der Pole der Däne Nikolaj Silvest für das Team Zaxpeed, die in der Eifel ihr Heimspiel bestreiten. Platz 2 und 3 gehen ebenfalls an Mercedes an, Indy Donche und Luca Stolz. Das Rennen beginnt furios. Die ersten Meter sehen zwar noch harmlos aus, doch dann geht's rund. Riccardo Feller fährt im pinken Audi auf Platz 1 vor, dahinter trifft Marvin Kirche für Calvin van der Linde, der Audi dreht sich. Und Filippe Salacuada geht im schwarzen Audi ins Kies, das Safety-Car muss raus. Tabellenführer Kirche war von 7 gestartet, fällt nach diesem Fahrfehler deutlich zurück. Neben Riccardo Feller ist Mirko Bortolotti im grünen Lamborghini der Gewinner der Startphase und rückt von 9 auf 4 vor. Dann der Restart. Florian Spengler im schwarz-gelben Audi findet den Bremspunkt nicht, Adrian Delena kann dem Porsche nicht mehr ausweichen und landet im Kies. Der eine muss in die Box, der andere endet am Haken. Der gesamtführende Marvin Kirchhofer erhält für sein Manöver in der Startphase erst eine Durchfahrtsstrafe und muss kurze Zeit später mit einer ramponierten Front aufgeben. Die nächste Strafe diesmal für das Führungsduo. Fünf Sekunden Standzeit für Riccardo Feller, er stand beim Start nicht in der richtigen Position. Einmal kurz durchschnaufen, dann kommen die Fahrerwechsel. Maximilian Bug steigt für Indy Donche ins Cockpit und der gelbe Mercedes kehrt vor dem pinken Audi, der mittlerweile von Christopher Hase pilotiert wird, zurück auf die Strecke. Dann Kim Löschram für Zackspeed im Duell mit Maximilian Bug. Mercedes gegen Mercedes, ein spannendes Duell, das über zwei, drei Ecken geht, eine enge Kiste, die mit einem starken Manöver der gelben Mamba endet. Bug setzt sich spektakulär an die Spitze. Als Christopher Zöchling auf der Strecke gestrandet ist und nicht mehr vom Fleck kommt, muss das Rennen erneut unterbrochen werden. Nach dem Restart hat Kim Löschram auf Platz zwei Ezequiel Peres-Kompank im grünen Huracan im Nacken. Der Lamborghini viel zu schnell, trifft den Bremspunkt nicht und räumt Schram einfach ab. Ganz bitter für Schram, der bis dahin ein starkes Rennen fährt. Das Duell Maximilian Götz gegen Sebastian Asch. Der Kampf um Platz vier und Götz geht vorbei. Aufs Podium schafft er es aber nicht mehr. Seine Teamkollegen Maximilian Bug und Indy Donche sichern sich den Sieg im ersten Lauf am Nürburgring. Riccardo Feller und Christopher Hase auf zwei. Platz drei geht nach Italien an das Duo Mirko Bottolotti und Andrea Caldarelli.